Ein russisches Gericht verurteilte eine Kinderärztin aus Moskau zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis, nachdem die Mutter eines ihrer Patienten sie öffentlich wegen Kommentare angezeigt hatte, die sie angeblich über russische Soldaten in der Ukraine während einer privaten Konsultation gemacht hatte. Nadezhda Bujanova, 68 Jahre alt, wurde im Januar von der Ex-Frau eines in der Ukraine getöteten Soldaten beschuldigt, den Vater des Kindes als legitimes Ziel der Ukraine bezeichnet zu haben und dass Russland schuldig im Krieg sei. Bujanova wurde wegen Verbreitung falscher Informationen über die militärische Kampagne Russlands in der Ukraine inhaftiert. Seit dem Beginn der umfassenden Invasion der Ukraine durch Wladimir Putin im Februar 2022 hat Moskau ein hastig verabschiedetes Gesetz gegen die weit verbreitete Verbreitung von falschen Informationen genutzt. Der hochkarätige Fall gegen Bujanova, die in Lviv, Ukraine, geboren wurde, aber seit vielen Jahren in Russland lebt, hebt die zunehmende Repression in Russland hervor, während ihre Truppen den Krieg in der Ukraine fortsetzen. In ihrer Erklärung bestand die weinende Bujanova auf ihrer Unschuld und behauptete, dass sie nicht mit dem Jungen oder seiner Mutter über den Krieg gesprochen habe. Die Verteidigung von Bujanova argumentierte, dass sie wegen ihrer ukrainischen Herkunft ins Visier genommen worden sei und wies darauf hin, dass die Staatsanwälte keine starken Beweise hatten, um zu beweisen, dass sie gegen den Krieg gesprochen hatte.